Weißt du was? Kinderhelden ist richtig super, weil Kinder lernen stark zu sein. Kinderhelden heißen Kinderhelden, weil die Kinder helfen. Ja! Kinder profitieren von Kinderhelden, weil wir ihnen eine ehrenamtliche Mentorin oder ehrenamtlichen Mentor an die Seite stellen. Wir fördern individuell und direkt vor Ort. Grundschulkinder mit erschwerten Startbedingungen lernen durch den 1 zu 1 Kontakt ihre eigenen Stärken kennen und entfalten ihre Potenziale im schulischen und außerschulischen Bereich. Ich freue mich immer sehr, dass ich meine Mentorin wiedersehe. Seitdem ich meine Mentorin treffe, kann ich besser lesen als früher. Das Beste daran ist, dass wir zusammen viel Spaß haben und dass wir viel lachen. Meine Zoom-Noten sind sehr gut geworden. Nach dem Lernen, wenn wir fertig sind, dann spielen wir halt meistens auch. Wenn ich mich mit Lukas treffe, fühle ich mich neugierig. Dann haben wir auch mal Fußball gespielt und Basketball. Lukas und ich passen richtig gut zusammen. Seitdem wir uns treffen, macht mir die Schule mehr Spaß. In Mathe und Deutsch haben wir auch geübt und da habe ich mich auch sehr verbessert. Also ich finde Kinderhelden voll toll. Also toll. Ihr seid toll. Ihr helft viel. Ja, das gefällt mir von euch. Wir brauchen dich. Melde dich jetzt an bei Kinderhelden. Macht mit, macht Kinder stark.